Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Zanusch hatte berichtet, dass Hiebs Rotte vom Pech verfolgt sei. Einer der Wölfe war gestorben. Der Sturm hatte ihn von einem Eiskamm heruntergefegt. Ein anderer wurde vermisst und galt als tot. Hinter Faulan ertönte ein ersticktes Japsen und im nächsten Moment tauchte Edmi neben ihm auf. Was war das? Aban. Ich glaube, er hat einen Anfall. Faulan raste mit Edmi zu Kaila, die stocksteif über ihrem Welpen stand. Aban lag flach auf dem Bauch. Er war eindeutig nicht bei Sinnen, wand sich wild am Boden, die Augen nach hinten verdreht. Und die ganze Zeit bellte er, aber nicht seine üblichen Sing-Sang-Verse. So etwas hatte Faulan noch nie gesehen. Im ersten Moment dachte er an die Geifersäuche. Doch Abans Mäulchen schäumte nicht. Es war nur Blut verschmiert, weil er sich auf die Zunge gebissen hatte. Schnell, gib mir den Knochen, Edmi, rief Faulan. Edmi zögerte keine Sekunde. Sie ging in die Knie und zwängte Aban den Knochen zwischen die Zähne. Aban, Aban, was hast du? Da ging Faulan plötzlich ein Licht auf. Er presste seine Pfote mit dem Spiralmuster fest aufs Eis. Jetzt nahm er auch das Beben wahr, das durch Abans Körper lief. Er hob den Kopf und vor ihm tauchte der Stoßzahn eines Narwals auf. »Oscar Dammus! Alter Zahn! Er ist gekommen, um uns zu warnen! Da bricht eine Rinne auf!« Jetzt hörten es alle. Und kurz darauf sahen sie es auch. Ein unheimliches Knacken drang aus dem Eis, als zersplitterte ihr eigenes Rückgrat. Dann klaffte ein Spalt im Eis, der sich in rasendem Tempo auf sie zubewegte. »Lauft! Angriffstempo!« Aban erholte sich überraschend schnell. Leichtfüßig sprang er auf und schoss wie ein kleiner Komet auf die Brücke zu. Edmi rannte wie noch nie in ihrem Leben. »Bring uns zu dieser Brücke, oh Lupus!« Alle hatten Angst. Doch für Edmi stand mehr auf dem Spiel als nur dieses eine, jetzige Leben. Wenn das Meer sie verschlingen würde, ginge noch ein anderes Leben verloren. Edmi musste unbedingt die Brücke erreichen, um dieses Leben zu finden, diesen… diesen Girr. Welch seltsames Wort! Aber es war das Richtige. Das Richtige Wort für alles, was sie verloren hatte und jetzt zurückbekommen würde. »Modi!«, schrieb plötzlich Banja hinter ihr. Die Stimme der roten Wölfin klang schrill und verzweifelt. »Meine Modi! Sie ertrinkt!« »Modi!«, schrieb plötzlich «Sicherst du Glauben!» »Ja, schrieb plötzlich überraschend.« »Sicherst du Glauben!«